so auf die nächste map die wieder ein bisschen spaßiger anfängt wie es aussieht so erst mal überlegen mit was fangen wir die mitbruch an wir haben pistole ist aber bei der vielen anzahl anzahlen wirkungslos paketen könnten wir tatsächlich benutzen plasmat zu viel streu auf der entfernung ja ich muss paketen 200 gegner okay und ich gehe nicht durch doch die kommt durch Oh Mann, Alter, hier geht's jetzt schon wieder ab Oh, Alter, verhiel ich sie, ey, das ist doch Bullshit Oh, wir haben gar nicht gespeichert So, geht's auch Was war das jetzt gerade? Granate? Ach so, ja, klar, wir haben ja ein paar, fünf Stück oder so gebraucht bei der letzten Map So, komm, wir machen einfach hier, ach so, ist ja bloß gerne, erstmal Ich mach die Tür nur mal zu, ja, aufmachen tun nicht die anderen Oh 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 rasa der sieht ja so sieht aus und jetzt sind wir schon frei war das klar 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 viel los früher so eine verpfütte scheiße verpässt euch alle ihr macht auf ich mache wieder zu gefällt mir man es gibt so gar nicht dieser kack kacke da das hier über position und wie tinder diesen ganzen leichten wo man sie nicht mehr sieht das ist so hinterwäldlerisch wo ist dieser scheiß kacko dieme auch da wie viel parkball gekoffen und war geht noch mal wenn da habe ich mehr ja 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 Gut, Platter liegt ja auch einiges rum und vor allen Dingen scheiß Munition. Was ist denn da? Ich glaub's, ja. Da rein. Oh mein Gott, Mist. Oh mein Gott. Da war doch klar, dass ich wieder getroffen werde. Direkt hit hier. Kommt nachher. Noch Fragen? Bitches. Meine Schnauze voll, er wird zurückgeschossen, ja. Er ist nur noch einer. What? Okay, das hilft mir. Äh. Okay. Er hat was aufgekehrt. Oh Alter, wie weit fließt denn hier rum? Klappe der Hände auf die billigen Plätze. Oh, Red Pack. Äh. Wer sagt, Peck? Aha, aha. Oha. Werden die spawnen wieder? Ja. War doch klar, dass ich spawn. Das war doch so klar. Secret irgendwie. Die spawnen auch hier? Ach, leck dich doch. Faaaaaack. Ha, wie das kann ich hier nicht ausweichen? Ah, komm rein, komm rein. Trau dich mal. Der kommt hier gar nicht rein, oder? Willy nigger. Es kommen. Ach, der hat ja gerade mal noch sieben. Es wäre eine richtige Verschwendung hier. Komm, hier paar. Bar, tot. Okay, wo sind jetzt hier an den anderen Händen gespawnt? Wobei, ich würde es gar nicht wissen. Wahrscheinlich sind alle in den Räumen, die wir bereits sauber gemacht haben. Was auch sonst. Na, ich hol mal gleich mal die hier raus und der passt halt schon. So, hier ist noch sauber. Noch? Dran denken, wir haben auch Plasma-Mositionen. Relativ viel sogar. Von daher können wir da auch noch ein bisschen, äh... Aber... Hä, wir sind ja alle gespawnt. Oder waren denn alle so diese Kako-Demons, die kurz gespawnt sind? Scheint wohl noch. Okay. Erste Tür abgearbeitet, oder? Nee, warte mal ganz kurz. Ging es doch noch so anders weiter? Hier ging es doch auch... Nee, hier war zu. Und da war auch zu. Na komm. Hier. Bam. 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 Wow. Okay. Äh, ju. Wir haben alle Raketenverräte erstmal, also aus dem Raum erstmal abgearbeitet. Okay. Also ist mit Raketen erstmal Schluss. Dann gucken wir, dass ich bitte noch so vier Alternativen bekommen. Also hier haben wir zum Beispiel nochmal ein bisschen Shotgun. Ein bisschen hier von der haben wir auch noch. Und vor allen Dingen Plasma. Ich habe nicht vergessen. Also ich werde mich erstmal an der Shotgun halten. Und dann gucken wir mal, wie es ausfällt. Oh Gott. Auch schon wieder gleiche. Oh Leute. Symmetrie klingt nur im Drehbuch gut. Oh nee, doch nicht. Oh. Ich wünschte, wir hätten endlich mal ein Auto Shotgun. Bei der schönen Anzahl an Genern für eine Auto Shotgun ist mir vorteilhaft. Okay. Wir haben echt scheinbar alle aufgescheucht. Oh Gott, haben wir so viel Leben verloren? Alter, wir haben noch 80. Und lol. Wie viel hatten wir davor? 20? Gar keine? Nein, das ist besser. Ah ja. Ah ja. Hier auch wieder massiv Verzweigungen. Okay. Da ist schon mal Ruhe. Das da geht wahrscheinlich einmal rum. Das da geht wahrscheinlich einmal rum. Wir haben noch mal da. Okay. Ich fahre hier. Ich fahre hier. Ich fahre hier. Schüffelrüstung Wer muss man schüffelübschen schwaaau LOL Das ist mal ne scheiß Verschwendung Grad gewesen, egal Das ist mal ein schickes Remix von dem Hier, das ist von Dem Reich Dem deutschen Reich Und das ist vor allen Dingen aus Wolfenstein Da wo man gegen Nazi kämpft Und ja, das ein bisschen aufgehübscht Sieht schon nicht schlecht aus Auch wenn man jetzt aus dem Bild Nicht direkt erkennt, ob dieses Viech Was den Helm da auf hat Für oder gegen die gekämpft hat Weil den Helm trägt dann eigentlich Wenn man für etwas kämpft und nicht wenn man gegen etwas kämpft Das ist das geile Grafiktier Wow Die sind schon fast normal Aber das hier vor allen Dingen Nice, die da ist Das gefällt mir 4,30 Uhr runter Oder eher nicht so Das ist sowieso erstmal roter Skull Mit dem kann man sowieso erstmal nicht anfangen Wir müssen da so mal gucken Wir brauchen was Gucken wir doch mal von der Seite Aber ich glaube mal, da kriegen wir auch nichts aktiviert Gut, wir brauchen also erstmal irgendwas in Dutting darunter zu ziehen Bisschen Schaltung zu drinnen Und dann brauchen wir noch einen roten, äh blauen Skull Da scheint es hier beide Pflicht zu geben So ein Schalter als auch ein Skull Gut, dann sowas mal in der anderen Räume Wir haben jetzt mittlerweile die gelbe Da können wir ja da hinten rein Ah, tschat tschat Ähm, haben wir ein kleines Selfpack hier So ein kleines? Ne, ne? Scheint nicht so Okay, okay Oh, meine Hand Ah, wir haben schon gute zwei Fünftel von den Kindern weg Das geht schon Ich hoffe mal, da kommt hier jetzt nicht mal allzu sehr viel Ist sowas hier auch im Dunkeln leuchtet, dieser roten Augen? Ob hier wohl ohne Alpha Map hinterlegt ist? Na komm Na komm Na komm Das geht doch mal Da hat sich irgendwas geöffnet, was ist in der Richtung? Äh, kann es sein, dass das jetzt die rechte Tür da ist? Also die, wenn wir jetzt von Äh, okay Jetzt von jetzt auf gesehen die rechte Tür Ja, hat sich geöffnet Ah, okay Also geht's doch nochmal los Äh, was nehmen wir, was nehmen wir Wovon haben wir nochmal schon viel? Äh, haben wir von der her? Ja, ne, geht einigermaßen So, du mal gucken, wie viele Gegner das sind Ich mach die erstmal vielleicht nicht mehr Platz Äh Ich dachte, wir kommen jetzt gegen die Übermeute Äh Oh, Alter, kannst du doch mal rauskommen jetzt hier vielleicht? Hallo? Ich dachte, wir kommen jetzt gegen die Übermeute Von Plasma-Munition verschwenden Statt jetzt nichts im Vertrag, okay? Oha, da geht's noch Oh, jetzt noch mehr Plasma Äh, jetzt haben wir mal ein Problem Komme ich hier durch, ohne das auch zu sammeln? Ja Oh Oh Äh, jetzt habe ich Schaden bekommen, wow Gerade eben als ich durchgeschlichen bin, habe ich keinen Schaden bekommen Und jetzt so, als ich einfach so, mal ganz kurz Fuß rein Direkt hier blieb vorbei ich hab Angst, welches bringe ich mich als Fischer rein, dann ist aber hier Feierabend hab ich dann irgendwas gesagt? Ihr leckt mich doch alle am Arsch, ich bin doch hier keine... ok, Hardcore, jetzt wird's ja fickt bis der Arzt kommt Mann, darf ich nicht mehr in Ruhe nachladen oder was? Hab ich ein Verstärkeres dabei? Ne, ne? Keine Ruhe auch ankannten... Ja, geht doch! Keine Chance Ei, hey! Euch alle! Na ne, wir wären direkt im Bunde Ok, wie jetzt... Paket kann ich nicht benutzen Das hier ist auch kurzzeitig zu schwach Ok, Attentiver Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir gehofft hatte, aber so ähnlich kann man das schon machen Ahhhh, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unter 400 kommen, bei den Klassnern Ahhhh, wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht unter 400 kommen, bei den Klassnern Nichts... Nee, hier hinten einfach gar nichts Durch den ganzen Rauch jetzt durch die Plottermannwaffen Wir haben noch 120 übrig Ok, komm, das wird was Ich hab's im Gefühl Das fühle ich Das fühle ich F**k you. Eigentlich waren das nur noch ein paar Backpacks, äh, Halfpacks. Einen 3 KiKA! Oah, also 24% leben, das ist nicht grad viel. Wenn ich mal ehrlich sein darf! Und langsam wissen wir auch bei unserem... Lass mal Waffen drauf achten, dass wir nicht allzu viel noch verbrauchen. Wir kommen nämlich langsam in den groten Bereich. Andererseits kann ich auch die Pizze verwenden. Fuck you! Fuck you! Na gut, wir brauchen ja kein Dauerfeuer, dann bleibe ich mal doch hier bei dir, da kann ich besser anvisieren. Das macht denn die Angriffe etwas kontrollierter. Das ist nicht so, was wir machen. Das ist nicht so, was wir machen. Das ist nicht so, was wir machen. Okay. Hä? Hä? Ich glaube, wieso viel hiervon? Hab ich doch grad verbraucht. Oh, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Danke, danke. Wow. Einfach mal alle vier gebraucht hier, ey. Das ist ja auch nicht mehr normal, ist das doch. Okay, jetzt haben wir mittlerweile alle beiden. Was war das gerade? Ach so, hier wieder Schaden bekommen. 20? Nimm mich, nimm mich. Okay, nimm mich. Nimm mich. Weißt du was? Was, was? Ganz lachte, dann springen wir rüber. Fick nicht. Waschloch. Alter, kein Respekt mehr hier. So, wir haben Geld. Jetzt brauchen wir Rot. Ne, wir haben Blau. Ah, ja klar Blau. Jetzt können wir da hinten bei dem anderen Dixamonster da reingehen. Da können wir jetzt reingehen. Oha, ich freue mich schon. Na, kommt mal her, kommt mal her, ja. Warum, warum geht die Tür mal wieder auf? Hier ist doch gerade gar nichts. There is a bug in the system. Du warst ja fast unten, Junge. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Komm, 3, 2, 1 und... Ah, leck mich doch. Oh my goodness. Ah, geschafft. Whatever. Aua. Oh, Alter. Alter, ich hab mit der einfach keine Führung. Die ist einfach zu... Die hat... Die hat eine zu hohen Streu. Ah, fuck. Mann, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Was wollen wir denn hier noch machen? Diesen ganzen... Warum muss die Tür noch immer mitten im Weg liegen? Kann ja nicht mal irgendwo schön an den Rand gepackt sein? Nein. Immer mal richtig schön. Da, wo sie am meisten weht. Also... Ah... 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 Stimmt doch mal! Meine Fresse! Das Opfer, dass ich dich nicht berühre. Ich berühre es gerade jetzt sowieso. Ich werde mich vielleicht mal vorher. Oh, ha! Ah, fehlt gut! Geschafft! Oh Gott, oh Gott! Okay, zuerst du! Okay! Das war doch solide! Oha! Äh, nein, war doch gut! Das, das! Perfekt! Alter, ich will hier hoffen, weil... Die spawnen gleich wieder rein! Das weiß ich doch jetzt schon! Oh Gott, da ist ein Schalter! Klar, die spawnen gleich alle rein! Das war doch klar! Das ist doch nicht ganz normal, ja! Nein! Lass mich hier immer überlegen, dass ich rauskomme! Die spawnen gleich alle rein! Gut, von welcher Seite kommen die Pinkies? Die Pinkies kommen von der Seite, ne? Die kommen alle von allen Seiten! Halt, oder? Komm hier! Fuck off! Alles weg! Ob mir hier kommt! Bam! Ist das Binnen! Und dann kann ich also noch gar nicht sagen! Immer schön rennen da in die Oing собственноßen! Ein bisschen! Hey, ha, wir haben es geschafft, noch zwei Gegner, lol, wieder etwas, der Spuk ist zu Ende. Äh, mein, dieses reingesporene Alter, das ist doch nicht mehr normal. Gut, die Frage ist, wo sind die restlichen sechs Gegner und vor allen Dingen, was sind das für Gegner? Also, ich meine, es können jetzt natürlich sechs Imps sein, es könnten aber auch sechs Cyber-Deemann sein. Oder, um der Sache noch eine Schippe drauf zu tun, sechs Spider-Master, mein, da bist du so schön im Kreis und wie in der Mitte, ne? Ich glaube, dann wäre Feierabend. Dann könnte ich Godmode aktivieren und meine Mutter rufen. Jetzt muss ich da rein, ne? Einmal schön meine Maus mitziehen hier. Gut, ja, wenn wir jetzt mal die hier. Was? Ich habe doch den Red Key. Die habe ich nicht? Ähm, ach klar, das habe ich mit dem Schalter getan. Okay, ich habe dann die Dinge runtergefahren. Doch? Ja, sag ich doch. Nein! Ich weiß noch, dass ich mich lieber nicht. Genau, der ist ja auch nicht gespeichert. Alter, ich hasse es. Diese Kack-Rüstung, Alter. Warum kann man nicht einfach Items aufnehmen? Diese werden dann in das Inventar gepackt und wenn man sie dann irgendwann benutzen möchte, dann sagt man einfach mit der 9 oder mit der 0 Taste im Inventar navigieren und einmal Enter drücken, um das auszuwählen. Nein, da liegt die Kacke immer direkt mit dem Weg und man muss das natürlich immer gleich voll einsetzen. Ist das Binder. Du bleibst jetzt schön da. Danke. Ach Gott, schön, ey. Da gibt es ja gar nichts. So. Wozu war denn die anderen, mein Schalter da? Oh, da öffne ich damit noch irgendwelche Secrets. Klar, wir haben noch viel Secrets. Okay, also da ist das Webende, aber ich werde noch ein bisschen auf Secret-Jagd gehen und vorher ja mal ein paar Leute erledigen oder ein paar Tiere. Du kommst mit. Nein, ich bin doch fast. Scheiße. Ach, jetzt muss ich doch. Das Ding habe ich jetzt aktiviert. Kann man die überhaupt aktivieren? Habe ich die jetzt schon aktiviert oder habe ich die gar nicht aktiviert? Die sind gar nicht aktiviert. Was ist denn jetzt hier aktiviert? Wow. Es ist immer noch ein Gegner. Und wo auch immer er ist, er wartet auf uns. Egal. Nein. Warte, das ist jetzt mit dem... Da. Ne, die andere Seite. Da. Na, doch da. Da. Geht doch. Ist das kompliziert. Da findet man so ein Scheißdreck. Wir haben kein einziges Secret. Na, egal. Ich meine, was ist denn das Secret ist auch schon drinne. Ist ja bestimmt eh noch ein bisschen Kuhpapier. So. Wir klauen uns jetzt noch hier, wo auch immer das war, das Zeug. Das war da hinten. Da war das. Hier, die wissen die Rüstung. Und dann gehen wir ab ins Ziel. Ach ja, hier ist ja noch ein bisschen Leben. Okay, gefällt mir. So. Feierabend auf der Ende. Ich habe genug von meinem Leben. Nachgeladen sind alle Waffen. Perfekt. Gut. Das war ein, denke ich, würdiges Ende. Für 2002. Und wie sieht das geil aus? Ja, ich habe euch gehört. Das geht doch kacken jetzt. Das war für heute. Wir mit 2002. Und damit erstmal für die Hauptreihen. Das heißt also, morgen, wenn ich was aufnehme, eher sowas hier wieder aufzunehmen. Wahrscheinlich das hier. Mal gucken. Verletzt, ob ich wieder ein bisschen SimCity. Je nachdem, worauf ich mal Bock habe. Das entscheide ich immer ganz kurzfristig. Auf jeden Fall, die vier Hauptlet's Plays habe ich jetzt erstmal wieder durch. Wird das wahrscheinlich auch erstmal das letzte Mal sein für die nächsten Tage. Da ja jetzt wieder meine Ausbildung, also meine Schule wieder losgeht. Von daher werde ich wahrscheinlich nur noch wieder an den Wochenenden zu den Aufnahmen kommen. Das heißt also, wieder zu den nächsten Wochen. Allerdings sowieso die Frage, wann diese ganzen Folgen wir on kommen, weil der ganze Scheiß muss noch hochgeladen werden, der ganze Scheiß muss noch konvertiert werden und dann hochgeladen werden. Das sind jeweils 64 Folgen habe ich mittlerweile. Bin ich bescheuert, Alter. Hast du mich eigentlich die ganze Zeit hier? Ah ja, morgen kommen noch mal ein paar dazu. In dem Sinne. Schau mit V. O.